Und willkommen zur neunten Folge Minecraft Playstation 3 Edition. Wenn ihr euch fragt, wieso wir lachen, weil wir zeigen euch gleich. Wir haben direkt... Und ich bin gestorben. Natürlich spawn ich da, ne? Jetzt habe ich es gemacht. Ach, bitte. Weil wir lachen. Wir wollten das nicht machen. Du musst dich jetzt mit Gulen hochbauern. Das ist ein Zombie. Das ist Frank ever. Der Anfang. Okay, wir haben gleich am Anfang hier ein Friedhof gebaut. Ja, irgendeine. Das ist mein Hund. Der ist gestorben. Hier wohnst du nicht mehr. Hier ist ne Blume. Oh nein, oh nein. A Posting. A Posting. Also Posting. Noch mal runtergefallen. Du gehst vom Konflikt an in die Richtung. Hier ist ne Blume. Hier ist ne Blume. Hier ist ne Blume. Okay, ich geh. Ich geh. Ich geh. Nein, ich geh. Tschüss, ich geh. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich teleportier den Gleis. Hier ist ein Hund gestorben. Genau nach dem Video ist ein Wolf gestorben. Wir sind uns gleich, wenn ich weggelaufen bin. Also Börs. Wir sind wieder da. Ich hab mir ein Dearshot geholt. Nicht einfach so. Für immer. Sondern falls der liebe MWR da kommt. Denn auch der hier. Hm? Noch eins sagen? Nein, nein, nein. Also erstmal den Schleim. Okay. Auf jeden Fall. Ja, gehst du wieder kreativ und mutig. Das Hund war mein liebster Hund, der jetzt Homa getötet hat. Wir hassen uns jetzt beide irgendwie ein bisschen. Warte, ich helfe den Zombie. Du helfst dir, nix hier. Hast du ja gehört? Dein Ernst? Erzähl. Wie es teleportiert ist. Das ist nur eine Folge, das soll kein Kämpfen sein. Ja, Minecraft. Ich hasse dich, ernsthaft. So einen Kack hasse ich. Okay, wir bauen weiter unser Haus. Ja. Heute bauen wir an unserem Haus weiter. Wieder Liebe. Wie hat er schon gesagt? Ja, danke für mehr Steine. Ja, bitte. Was ist der Boden? Nein. Warte, nein, der Boden. Der Boden ist Lava. Was mit dem Boden passiert? Und sind die Fenster? Hä? Hä? Ich glaube, letzte Folge ist so viel gekämpft. Ja. Warte, mach das jetzt. Ich hatte ja zwei Glas. Ab jetzt wird eine normale Folge. Wir haben so drei Minuten nur, die es kämpft. Ja. Okay, baue das Ganze jetzt ab und teleportiere mich. Okay. Okay. Hier sind wir wieder normal. Letzte Folge haben wir nur uns gekämpft, glaube ich. Ja. Nicht nur, aber wir haben ein paar sechs Diamanten gefunden. Wie viel Fenster brauchen wir? Wie viel Fenster brauchen wir? Weiß ich nicht. Zwei. Wie viel Holz? Äh. Ja, natürlich. Ich brauchte gar kein Holz, weil ich so ein Inventarholz hatte. Woher? Aber mein Helm ist komplett kaputt. Aber ich erfahre es dir auch nicht. Dann wirklich? Dein Helm ist komplett... Hi, meine... ...dass ich... ...maß wacke. ...maß wacke. Ja, genau. Meine komplette Rüstung ist kaputt. Okay, gib mir die fünf Diamanten. Du hast doch letzte Folge einen Zaubertisch gekauft. Nein, ich will. Jeder kriegt vier. Okay, sollen wir uns Diamantschwert machen? Nein, Diamantschwert machen. Aber nie wieder töten wir uns. Das war auch versehen. Okay, Diamantschwert mache ich. Aber das geht... Will ich auch machen? Nein, nur für dich. Also, da ist... Ich mach mir eine Dierspitze. Du kannst ein Schwert machen. Okay, ich mach für uns beide ein Schwert, okay? Aber nur, ich brauch zwei Stöcke. Ich mach eine Dierspitze. Ich hab acht Stöcke. Ich mach jetzt Dierspitze. Eins, zwei, drei. Jupp. Okay, okay, gib mir. Gib mir. Den Diamant? Ja. Bitte, ich will kraften. Wahrscheinlich nicht. Okay. Och. Was machst du? Bitte, kein Schwert. Zwei Diamantschwert. Wieso? Ich hab so einen. Also, brauch ich nur einen. Aber wir töten uns nicht. Okay. Wenn du mich tötest. Aber das war doch aus Kreativ. Das hab ich mir jetzt selbst erkraftet. Was hast du denn? Warte, was kann man noch kraften? Etwas nur, was mit drei Diamantschwertsacken geht. Ja, komm. Rückst du uns? Rückst du's? Kannst du mir auch die Hälfte geben von deinem, äh, ja, wie heißt's nochmal? Was? Lapis. Wo bist du? Och, mach dich nicht mehr unsichtbar. Ich hab anfänglich tötet. Mach ich nicht. Ich würd' doch nicht mein Schwert benutzen. Oh, nö. Okay. Da sind wir wieder am Start. Ich brauch mehr. Am Start? Ich brauch mehr davon. Lapis. Wer? Mhm. Du hast, glaub, es ist nicht so viel Level. Erfekt. Du hast nicht so viel Level. Trotzdem. Man braucht sechs Level für alles. Danke. Okay. Ich hol auf jeden Fall, ähm, was? Rückstoß 1 oder? Schon sieben Minuten? Okay, Rückstoß 1 hab ich jetzt. Okay. Rückstoß 1. Ich geh nur an, wie ich... Ach, komm, ich mach ein zweites Diamantschwert. Darf ich einen Stock haben? Wirklich, ich mach so ein zweites. Ja, natürlich. Was ich dir dann am Ende, äh... Warte, jetzt muss man ein eigenes Druck nehmen. Ich hab so ein zweites. Ich muss ein bisschen töten rein. Warte. Haben wir ein Buch? Warte, ich... Überhaupt gar kein. Außer meine Kiste. Warte, gib mal. Gib mal die. Gib mal die bitte. Wie viele? Wie viele? So ungefähr fünf Stück. Fünf Stück. Danke, lieber Enderman. Jetzt geh ich zum Waldanwesen. Also... Also... Ihr habt das Anfang der Video, war ein bisschen doof und ein bisschen Spaß. Ja. Und ich geh einfach um Fall in die Höhle. Und hier ist der Friedhof von meinem Wauwau. Hier ist der Friedhof. Wauwau. Tut mir leid, bevor ein bisschen Musik kommt. Ja. Und... Ich will... Ich war... Oh, deine vier Hühner sind groß geworden. Cool. Dafür schüttest du die? Nein. Ein Glas tot. Klassisches Craften, wie immer, natürlich. Okay. Zwei Hühner kaputt gemacht. Zwei. Zwei. Nee, ich will nicht. Wir gehen auf jeden Fall in das Haus zu neun Minuten. Ja. Neun Minuten. Schusssicher eins. Schusssicher eins haben wir jetzt. Schuss eins. Auf jeden Fall. Hörst du, Nadina? Bitte für Pizza. Schusssicher eins und Schuss eins. Wo sind diese... Dina? Wir brauchen Ambos. Aber wir haben keinen. Oh, hier ist so wieder ein Raum, wo gute Sachen... Gute Sachen... Nee, nee. Ich wollte schon gut... Guh-Sachen. Guh-Sachen. Nee, das schon bestimmt... Ja. Das war da, wo der Creeper drinnen war. Nee, das war da, wo dieser... Die auch. Das war das von Creeper. Ja. Aber... Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich brauche Level. Hier kannst du gucken, wenn du Master Builder spielst. Eine Katze. Ja. Ne? So sieht sie aus. Ich komme mit dir. Und dann sitzen. Oh, einen sofort an Dina. Ich weiß, mehr ist noch aktiv. Ja. Und wir haben wieder die Johannes-Bären neben uns, ne? Ne? Ja. Endlich mal sagst du ja. Oh Mann. Muss man sich erst mal... Hinwiesen. Oh, 16 Level hab ich. Das war nur Spaß. Aber natürlich... Kann ich mich auch reingraben, ne? 17 Level hab ich. Wir machen schon 10 Minuten, 11 Minuten. Okay. Ist mega... Egal... Spaß... Spaß... Oh, direkt über mir ist ne Truhe gewesen. Och, ich hab doch ne Axt. Ich baue hier Bücher ab. Gut. Gut. Für ein Bücher haben wir unser Haus. Kann ich doch gleich so machen. Ja, Trul war nix, ne? Ja. Was hab ich jetzt weggepackt? Oh, da hab ich... Nee, will ich meine Dierhaut benutzen. Gesundheit, lieber Enderman. Gesundheit, lieber Enderman. Gesundheit, lieber Enderman. Und kauf die neuen Skins. Kauf die neuen Skins. Ja. Ja. Die konnten 2... 3 Euro. 2 Euro. Ja. Bitte. Bitte. Und wir haben vorhin ein bisschen Battle Minigame gespielt und 2 Leute haben uns geguckt. Und die 2 Leute haben das gleiche nachgemacht wie bei uns. Wir wollten Battle Minigame spielen. Wenn wir beide... Nur wir 2 waren noch da. Was passiert? Natürlich wollen wir uns nicht besseln, weil der liebe Enderman hat ein Diamantschwert und ich nur Holz wert. 60 Bücher hab ich gerade. 60? Gut. Und... Und das war auch sehr unfair. Und das war ein Schwarzer. Und dann... Sollen wir die töten? Ja. Du tutest der Schwarzer. Ja. Ich mit dir schwach mehr. Wieso Diamant? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab ihn noch tot gesagt. Er hat sowas geborgt. Gedurbt. Haben wir noch so einen in der Kiste? Das ist das erste Mal. Wir töten uns wieder auf jeden Fall nicht gegenseitig. Sondern wir haben mit TNT uns getötet. Und die anderen haben das auch so gemacht. Jetzt nicht mit TNT, aber etwas anderes. Zum Beispiel... Du hast gar keine Rüste genommen? Nein. Aber mit was haben die sich nochmal getötet? Weiß ich nicht. Mit... Ich weiß nicht. Mit... Vielleicht mit... Wie heißt das nochmal? Äh... Gift. Ja, Schaden. Mit Schaden haben die sich getötet. Ja. Aber der eine hatte zu viel Herzen. Also geht noch eine Minute. Eine Minute. Eine ist hier doch. Was? Einer ist hier doch. In diesem Raum, sag ich. Was? Ist das dieser Raum gewesen? Ne, da ist eine Spinne. Also... Geh ich mal nach oben. Schon wieder diese Katze! Der ist runtergefallen. Okay, doch mal vor dem Video. Wenn es euch gefallen hat... Ne. Noch nicht. Wir sind schon 14 Minuten. Egal. Und ich sag gar was. Und was ist los? Ich muss noch was sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Rechts neben dem Abonnieren-Button ist eine Glocke. Wenn ihr die aktiviert, dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Und lasst einen Like da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und tschau. Tschau.